Das Finale, 400 Meter der Frauen. Mit gewünschtem Beginn von Laura Müller auf der Vier, die Saarländerin. Skadi Schier von der Außenbahn, die Jahresbeste. Skadi Schier vor Laura Müller, dann Elisa Lechleitner an dritter Stelle. Jetzt die Schlusskurve. Skadi Schier ist vorne. Laura Müller, Elisa Lechleitner, dann Elisa Schmidt. Und jetzt wird es eng. Skadi Schier, läuft sie jetzt nach Hause? Elisa Lechleitner. Ganz knappes Finale hier. Persönliche Bestleistung in diesem Fall. 52,93 für die deutsche Hallenmeisterin Skadi Schier vom SCC Berlin. Aplausos. 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 Aplausos.